Das ist... Warum 45 Sekunden? Das ist so unnötig. Ja, ne? Ja, Taktik-Team-Besprechung, ne? So, der eine geht schon mal. Der Jumbo-Kill geht schon zu A. Alles klar. Nehmen wir direkt B, geht... Geht hier links über die Straße, einer Mitte, einer rechts oder so? Ja, ich gehe rechts. Dann gehe ich Mitte. Nein, Simon kann mich nicht holen. Ich schweiß an den Händen hier. Ja, ja, ich habe schon einen hier. Ich weiß nicht genau, wo ich bin. Ich sehe schon den ersten. Beigehen auf B. Wir haben nur einmal gehittet. Eine rechts. Eine rechts. Down. Weiß, die Striker ist rechts gegenüber bei der Brücke irgendwo. Okay, was machen wir jetzt? Ich glaube, wir sind nach vorne hier. Äh, ich gehe mal auf die Brücke und check das ein bisschen, ne? Der hat gerade auch nicht geschossen in der vorne. Alter, der steht rechts neben dem Pfeil da an der Brücke. Die sind nicht gut. Die kommen die lange Straße hinter. Die sind echt blöd. Da ist deine erste Hilfe. Hol sie dir. Aber drei. Wird schwer. Jo. Genau. Ich habe auch noch einen. Ich habe auch noch einen. Ja, da ist aber noch einer. Ja, ich sehe das. Ich habe ihn. Er geht. Ja, okay. Soll man zu C hoch oder bleiben wir hier? Ich habe noch einen Sniper gesichtet. Okay. Ich habe noch einen oben drauf. Gehen wir mit auf die Brücke. Ah, hier oben ist auf jeden Fall ein guter. Pushen? Alles klar. Einer bleibt da. Einer bleibt da. Ah, rechts direkt. Ich muss mich hier trankieren lassen. Boah, die sind blöd. Die sind richtig blöd, die Gegner. Rechts? Auja, die sind richtig blöd, alter. Die sind ja richtig blöd. Ja. Flawless. Komm, schlafen wir zu Null. Nein. Ficken. Da kam plötzlich zwei. Zwei hab ich keine Chance. Übermut und selten Mut. Ja, Simon hat es schon mal verkackt. Ja, Simon hat es schon mal verkackt. Wo sind die? Ja, bei C. Warum kann man manchmal nicht markieren? Ich verstehe das, ne? Naja, das Spot-System ist richtig kaputt. Ja, Junge, ich spawn bei dir und bin tot. No. Fuck. Ja. Alter, ey. Wieder überleben. Ich will ohne Totschaft. Ja. Ich spawn bei dir und bin tot. Ja, ja. Ohne mich zu bewegen. Wir sind alle bei C. Was? Wir haben nichts. Och, kacke. Ich hab keine Muni mehr. Toll. Ja, super. Ja, super. Hinter uns. Ja, ich bin down. Hinter uns da. Hinter uns da. Ich. Ich hab da hingeguckt, ist da keine. Nee, lass ich. Ja, keine Muni mehr. Die außen rum hier. Sehr gut. Oben auf der Brücke von uns ist einer geschrauben. Das war ich. Soll ich dich jetzt liegen lassen, oder? Ja. Alles klar. Richtung A läuft einer von denen auf jeden Fall. Oder. Ja, die sind außen. Richtung A auf der Außenstrecke. Oh. Ja. Ja, die sind außen. Oh. Warum werden die nicht immer geholt? Weiß ich nicht. Aber die haben mich fett suppressed. Oh, hinter mir, hinter mir. Bei A. Die sind zwischen A und B. Die sind zwischen A und B. Eben. Ja, aber jetzt können die halt überall sein. Jetzt können wir die nicht mehr so zu sagen. Trap. Auf einer Seite. Ja. Ja, das wird doch auch irgendwann langweilig dann. Ja, aber das ist ein WoW und kein Open Public. Der Rotze hier. Ah, das freut. Ich bleib hier. Ah, ja. Da war ich doch nicht da. Ah, fuck, gegenüber. Da läuft. Boah. Boah. Er klickt sich da hin und ab. Also, jetzt haben wir nicht mehr den Überblick. Wir müssen wieder Angreifer mimen. Hier also. Wir haben das Einsatzziel verloren. Over. Ist doch wahr? Ja. Versuch den da zu flankieren aber. Zu hohe Position. Ist schwer gegen... Äh, gegen Gegner zu spielen. Hier kommt ein Medikin. Was? Ey, das kann doch nicht sein. Der hat noch 25%. Wollen wir gerade A, ne? Wo läuft Jumbo denn hin? Eine Ahnung. Auf B läuft einer. Hast du den? Ne. Ab A wieder. Da. Da. Da bockt der Merkel. Jetzt hab ich ihn. Aber B blinkt. Da war er. Alter. Und der Brücke. Das kann doch nicht sein. Ist der noch da oben auf der Brücke? Nein, da ist keiner. Das ist doch Selbstmord. Ich hasse es, ey. Er ist nicht so sehr nach vorne rushen. Genau. Ja. Ich hab mich schon gewundert, warum ich so schnell down war. Wieso ist der Crestman Pisser? Normalerweise würden die so schnell unterfallen, aber nein. Ich hab dein Medikip. Ich gehe links, ja. Komm, komm. Ja, ich gehe rechts. Pass auf, da. Oh, ja. Links, hinter dir. Oh, anstatt er nicht mehr retzt, der Jumbo. Nein. Oh, kann man nur so docker sein. Na, die Entfernung halt ist ein bisschen zu groß für mich. Los! Hast du denn bitte eingepackt, die IK oder was? Nee, nee. 16. Aber mit Griff. Deswegen ist die auf die Entfernung ein bisschen ungenau. Ich gehe hinter den, hinter die bei C lang. Kann ich es schaffen? Ja, dann bleib ich hin. Alles klar. Hier ist das Medikip. Vorsicht, ich hab der Fall. Okay, echt. LOL, die ganze Art Tankstelle in Luftbegabe. Ja, hab's gesehen. Türmen, 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 Türmen. Die sind so dumm, die sind so dumm, die sind so dumm, die sind so dumm, ey. Es geht nicht klar, die sind leider da gespawnt, haben nichts gemacht. Die sagen sich nichts an. Ja, weil wir alle random sind vielleicht. Nein, die sind, alter Junge. Ich bin fast down. Wir haben alle 5 oder 6 Clienter, Jonas. Achso. In Verses. Und das ist schon leicht auffällig. Vielleicht haben die alle gewünscht, das Geld sich ein Headset zu kaufen. Nein, das ist aber auch ziemlich verliebt. Also, es gibt ja verschiedene Clients. Es gibt ja mehrere SS-Clients. Ich schreibe zum Beispiel, jetzt schreibe Universe Team. Ja, das sind mit Sicherheit nicht alle GmbH. Ja, machen wir gleich, Jonas. Oh, umsinn. Achso, ja. Wow. Tür, wo du bist. Client. Client. Wer? Rätzen? Ablink. Ja, wenn ich tot bin! Ach, WTF. Ah, ich spawn mal da. Ab ihn. Nice. Er liegt immer noch. Er liegt immer noch? Ja. Er liegt immer noch. Und dann wurde er wohl gerätzt, ne? Ne, er liegt da. Er ist jetzt zu stecken, die sich hier schon im Clan war. Da hinten. In der Ecke. Ach, komm! Na. Fuck. Scheiße. Ich hab gedacht, du, went down. Ne, ne, mein Schirm war für dich so schlecht. Achso, ich hab da unten gesagt. Auf geht's! Komm! Hier und da. Oh! Deswegen... Aaaah! Na? Schack die nicht, ja! Einer hab ich. Oh, der andere hatte ich. hey schnappt ihr das medikin verlieren wir das mit 4 gegen 5 weiter müssen wir überlegen das ist schon den fünferklan das ist schon heftig da war einfach nicht gut ja sicherlich 73 warum warum stirbt er nicht einfach holographisch mit zwei beiden schon mal sein geht ihr mal zu a überwacht c wenn die schlau sind ich spawne einer im spawne holt c aber machen die nicht ich will jetzt nicht mit zu a gehen, ja zu c, gut sonst hättest du die hoffnung in die menschheit echt verloren ja, ist echt so hey b aber auch, b aber auch die sind ja von a direkt nach b und haben uns ja, kim gehst du ich bleib hier ah, ich hab wir haben das verstaubte Einsatzziel verloren, over hier ist deine erste hilfe schneller, schneller, ah, flagge hoch hoch mit dir, hoch 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 nein ah, ok saubere Leistung oh, zähre ich da habe ich auch noch keiner man unterwegs, man unterwegs zu will alter, wie der mich nicht trifft, der ist nicht so lächerlich alter, willst du mich verarschen die sind so dumm, die sind so dumm wir kontrollieren alle Einsatzziele unter dem, unter der Brücke unten noch einer wo ihr jetzt auch zuläuft, genau da hab ich gerade einen Doublekill der muss, der muss einer sein, weil ne, den habe ich gerade gekillt ok so, ok ab zum spawnen von denen komm hier, komm hier zu c ich geh außen schon mal über die linke Seite wo denn? da die kann der nicht, der ein bisschen weiter nach vorne einer down auch einen auch einen uh Nemesis-Opfer, Alter im War dank der D-Clan oft, ne? naja ich habe den feindlichen Soldaten in eurem Bereich gesicht oh, fuck, die haben einen Sniper nicht mal gebacken bekommen, mich zu headshot Leute, oh, oh, oh ja, lassen wir den da soll der sich da einen abschimmeln, wie er will ja, die gehen aber wahrscheinlich dann links rum zu A ja ah, mehrere Hits da ist der Sniper in der Mitte irgendwo ah, ich weiß, ich weiß, ich weiß ist doch mal Spacetrap verboten, wenn der erste? nein Quatsch na, ich war down 14 Schuss noch was? der war da neben mir ja, der ist ja geil der ist ja geil, der Jango kill ja, gut, nice, hab noch einen gekillt letzte Schüsse down, dann vom Sniper, nice so muss das so muss das wow ah, das war kacke macht kein Dreck das ist so lächerlich, wie Schäfte sind das ist ein Medicate-Man das ist ein Fünfer-Clane, das ist hart ja das ist hart wie kacke die sind gold was mach ich was mach ich hier ich mach' ein Nater hinter schmeißen jee mein erster Code direkt hitmarker, fucker ich dachte ich komm durch die sind zu dumm, die sind so dumm ey, die sind so dumm, warum hab ich den Kill nicht gekriegt ich durch der Sniper geschafft Nee, diese Setteln waren sicher okay, ich habe ihn nicht mit Recht zu sagen. Ich stecke hier echt in der Krimme! Dabei ist der ehrlich im... Ja. Oh mein Gott. Man lässt sich irgendwie da los, okay. Wir haben ihn nicht. Doch. Ich werde dir ordentlich in die Mitte kommen. Endlich. 5 Dickets. Ich bin so dumm, da konnte ich nicht ziehen. Nehmen wir das Opfer 80. Das ist hart. Das war nice. Alter, das waren Noobs, ey. Und das mit 4 gegen 5, ich weiß es immer noch nicht. Ich hab's aber aufgenommen, oder? Ja, ja. Ja. Das war's.